Es würde mich mal interessieren, ob das die Fahrradtypen waren oder andere, die mich da in der Scheune erwischt haben. Ich weiß nicht, ob es die gleichen waren, es wäre durchaus möglich, manche verfolgen an der WK, aber die ganze Map, also das finde ich schon immer ein bisschen merkwürdig, wie die das immer so wissen, wo du bist, obwohl du so, weißt du, das ist manchmal schon wahrscheinlich nicht. Schiff unten? Hafen? Ja. Oh. Es ist so schwer. Ah, die wollen es wissen, ja. Na, wir sehen, ob sie mich noch verdrücken wieder. Okay. Die Brüder sehe ich da hinten. Aber noch keine Waffe. Nee. Klar, wenn du eine Braus findest du keine, ne? Hm. Da ist eine Große. Die ist doch genau das Richtige jetzt. Auf Munition habe ich gefunden, aber nichts, womit ich es abfeuern kann. Ach, scheiße. Warte, wo lieg's an? Ich bin drüben. Ah, fuck. Was machen wir dann? Seid ihr schon tot? Alter, gibt's nicht einer war hier endlich. Der wusste zum Beispiel schon wieder genau, wo ich bin. Das ist schon lächerlich. Ja gut, aber die waren ja auch direkt da, wo du hingeschwommen bist. Ich bin gar nicht geschwommen. Bin dann in der Schwimmsin war ich da nicht. Ja, aber du warst ja auch alles auf dem Schiff oder nicht. Achso, ja, aber ich bin nicht auf dem Schiff getötet worden. Nee, das sehe ich da hinten. Aber da, wo du warst, da waren die anderen ja, da sind die ja gespawnt. Ja, das weiß ich. Ich bin ja auch zu denen hingegangen, aber dass die trotz all dem sich umdrehen, die ich plötzlich erschießen. Weißt du, so... Diese 180-Grad-Drehung mit Kopfschuss. Das ist zwar nur ein Red Dot, aber ich kann mich ja mal ins Getümmel stürzen. Nur noch verteidigen bringt irgendwie auch nichts mehr. Ich weiß nicht, weil der Angriff, der muss besser laufen. Okay. Irgendwo rechts durch Revecurt. Links kamen die Schüsse bei mir. Ja, aber Marc verstimmt, glaube ich, andersrum gerade. Gucken wir mal hier. Ah. Wir haben getroffen. Kannst du mal hinpegeln? Der ist vielleicht bei mir in der Nähe direkt. An den Containern ist er. Boah, so weit kann ich nicht gucken. Nur ein Red Dot. Er ist vielleicht ein R ب Busch. Ja, aus. Das war's. also bei mir waren gerade zwei haben sie dich auch erwischt, verdammt beim Schiff in der Nähe alle, oder? ja, an den Containern ich wies mal zweifach Scope finden würde, oder so ja, das hab ich könnte ich ja auf dem Dach irgendwie vielleicht was reißen, aber oh, fand ich gar nicht, aber da oben liegt eh nix gutes ähm, die Factor schmeißen wir weg das schmeißen wir weg, das tun wir auch nicht oh fuck da hinten war hinterm gelben, kann ich ja nicht sehen boah boah alter ja, einer ist ja nur gedroppt ja, Knockdown aber war nicht geholfen ja, so nach links und rechts ist weg Swain vielleicht sollte ich tatsächlich die die Empfindlichkeit darunter stellen wobei ich war jetzt nicht im Visier dann hast du halt die Drehbeschweigerung auch wieder weniger ja ja, schade sehr kurzes Vergnügen aber ist eigentlich ganz gut, wenn man öfter mal so Gefechte am Anfang hat, ne dann kriegt man ein bisschen ja Waffenkontrollpraxis komisch die die joh